So, hallo und herzlich willkommen zu einer wöchentlichen Runde Team Photos 2, die jetzt ab jetzt, ab jetzt, ab jetzt, ich hab heute nur Anmoderationsfehler. Ja, wir werden wöchentlich Team Photos 2 spielen, mit dabei der Goom und ich, und ich feile hier gerade schon hart. Wir sind auf Nucleus und spielen eine Runde King of the Hill. 4, 3, 2, 1, ja. Hallo Goom übrigens. Hallo. Ich bin ein Medic und renne alleine rum. Ist diese Sniper, komm mal her. Ja, kriegst jetzt Overheal, komm. No, no Spider, mach mal was. Schieß mal irgendwas tot, ich will einen Punkt haben. Dann, dann. Ich glaube, ich sollte aufhören den Sniper zu heilen und einfach mal irgendwas tun. Ja, irgendwie schon. Jetzt brüllt der Sniper wieder nach einem Medic und das... Ha ha ha! Riecht doch ganz gut. Boom! Hallöle! Du machst das, komm! Ja, das war's ein Hängeweg. Das hat nicht so ganz... Das hab ich noch diesen Glow. Jo, der eine ist abgefackelt, den anderen hab ich erschossen. Ich entschuldige mich, wenn der Sound auch nicht stimmt. Ich hab jetzt irgendwie nur so einen halben Autotest gemacht. Und, äh... Dann sag ich jetzt mal nichts zu. Der hatte Dead Ringer, da bin ich mir ziemlich sicher. Linke Maul, was wir gehabt haben. Mein Pfeifer. Ja... Ich bin allerdings ziemlich sicher, dass der Penner hinter mir ist. Da brüllt wieder einer nach Medic und das bist du. Nein. Du nur so. Nein! Dööö. Der verbrennt jetzt. Nein, drin. Nicht, wenn er einen Medic am Arsch hat. Und ich gerade wieder so bad aimed bin. Ich will doch auch die einzelnen Power klappen. Ja, das war jetzt ein bisschen zu viel. Okay. Ich hab auch Team Fortress noch ein bisschen zu laut, möchte ich meinen. Aber... Hey. What cares? Ich mach das mal ein bisschen leiser noch. Zumindest hör ich dann was. Ich weiß nicht, ob ihr dann überhaupt noch den Team Fortress Sound hört. So. Und der Nedgraf unten links ist bei der nächsten Aufnahme dann auch weg. Das war... noch... drin. So. Wieder da. Was? Hast du wieder da? Ich glaub das ist ein Troll... Troll-Scout hier. Ja, mit dem Top... Mit dem Ding. Mit dem Sun on the Stick. Aber ich bin auch grad irgendwie zu blöd den zu... Okay. Okay. Ich bin heute blöd, behindert und dämlich. Aber egal. Das macht nichts. Ja, alles drei. Auf einmal. Mhm. Interessant. Der Scout ignoriert den Sniper. Ähm. Ein anderer Sniper, der AFK ist. Joa. Also... Super. Ich spiel jetzt mal eine Runde. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das finde ich gut. Das kann ich nur unterstützen. Anjo. So. Unser... Zahnfee Heavy hier. Oh, hat er, hat er, hat er da. Hallo, Scott. Hab's gesehen. Hinter uns übrigens, ne? Und hinter uns jetzt nochmal. Und... Nein! Das war dumm. Mein Gott. Extrem dumm. Ich spiel mal eine andere Klasse grad. Das ist ja... Ich kann zwar nichts außer Medica... Also irgendwas läuft hier definitiv... Wir spielen gegen zwei Bots. Äh... Das... Kann ich leider nicht nachvollziehen. Warum? Weil man hat verwachst. Ja, das ist schlecht. Das ist wohl wahr. Ich mag's nicht, wenn ich von zwei Scouts verfolgt werde, plus ne Sniper, plus meine Fresse ist mein Aim heute schlecht. Okay, es wird in den nächsten Wochen vermutlich besser werden, wenn ich mich dann endlich mal wieder eingespielt hab. Ähm, ich hab jetzt ja nicht auf die Zeit geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch nicht. 34. Äh, ich würd sagen, wir machen um... Fch... 50? Die Folge wird ein bisschen länger. Machen wir mal um 50, machen wir Schluss. Kleines Ründchen, Tifortus 2. Werden wir dann jede Woche machen, wenn ihr wollt, dass wir das länger, also länger aufnehmen praktisch. Oder mehr Folgen machen oder weiß der Geier was. Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wir haben übrigens auch eine Teamgruppe, da könnt ihr reintreten und wenn wir dann mal aufgehen, dann einen Announcemeter und... Genau, dann könnt ihr da... Genau, der Goom, der... Der ist ein findiger Typ. Die Steam-Gruppe ist auf dem Kanal rechts bei den Links drin. Und ich glaub grad hat sich mein Team Fortress 2 aufgehangen. Nein, dein Ping... Ja, sozusagen. Dein Ping war zu hoch, du wurdest gekickt und weil... Wer kriegt das nicht hin, das zu fixen, dass sich das... Tf2 immer, äh, aufhängt. Gut, dann join ich Goom einfach nochmal nach. Das kann aktuell daran liegen, dass ich... Gerade währenddessen, äh... Minecraft hochlade. Daran kannst du ja... Der dritte Part für... Freitag. Ja, das hört sich jetzt witzig an. Wir nehmen grad... Donnerstags auf. Für Freitag lade ich hoch und das Video ist für Sonntag. Ja. Wollt ihr alles gar nicht wissen? Wollt ihr alles gar nicht wissen? Ich erzähl's euch trotzdem. Ja... Ja... So. Gut. Flickering Shit. So. So wieder. 155er Ping aber. So macht man das heutzutage. Ich hab normalerweise so... Ein 20er... In das Server. Die Leute müssen mich hier rumjitternd sehen, wie sonst was. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Für den hohen Ping. Ernsthaft. Eventuell muss ich gleich... Nein, nein. Das machen wir jetzt so... Das machen wir jetzt so weiter. Ich hab jetzt keine Lust den Upload abzubrechen. Alarm. Eroberung unseres Kontrollpunktes. Das ist wichtig. Aber die sind voll am gewinnen hier. Das ist... Nicht gut. Das sind Bots. Das ist feinlich. Ja, die haben zwei Bots. Das ist richtig. Und das waren zwei. Tja. Tata. So macht man's nicht, Freunde. So macht man's nicht. Vielleicht hilft das ja. Bist du. Ich bin tot. Du jetzt auch. So. Da bin ich wieder. Oh Gott. Ja, ey. In einem Offset. Flop. Ja. Die gibt's noch? Ja, klar. Die macht noch jemals? Ich hab letztens auch noch, äh, was passiert ist gesehen. Von wegen... XY hat XY Aids angenommen. Na super. Für sowas geben die Leute Geld aus. Weißt du, was ich meine? Ja. Ist das echt... Ist das ein Bot gewesen? Ja. Okay, wenn man Geld hat. Das war... Ja, klar. Aber das war jetzt ein Spiel, der nicht... Okay. Ich seh das schon. Alle Health Package sind mal wieder Schokoriegel oder so. Ja, klar. Halloween. Jaja. Wo sind die alle? Hier rechts bei allen. Mission endet in 60 Sekunden. Die Pine. Dass mein Aim so kacke ist wie Hölle. Das beobachte ich einfach nur. Das schieß ich gar nicht erst. Ja. Das beobachte ich einfach nur. Danke, Goom. Du kannst super zielen. Ja, mein Aim ist Hammer, ne? 30 Sekunden. Mein Aim ist der beste. Auf dieser Welt. Auf dieser Welt. Ja, okay. Man kann es auch auf den Hundfing schieben. Das ist auch cool. Feier. Wow. Ähm. Mission endet in 10 Sekunden. Das haben wir... Wobei, das gewinnen wir gerade. Wir gewinnen. Ja, genau. Ah. Bin ich gerade tot und wir haben gewonnen. Ja. Ja. Noch nicht. Oh mein Gott. Ah. Because of Verlängerung. Ich würde einfach sagen, wir spielen die Runde hier zu Ende. Aber wei, das ist ziemlich kurz dann das Video. Ja. Ja. Soll ich schon. Was? Mehr Runden. Ja. Auf geht's. Ab geht's. Drei Tage wach. Ich kann nicht zocken. Drei Tage wach. Ich sollte auf ihn zu singen. Ernsthaft. Ja. Was geht mit dem Medic ab? Ist das ein Bot? Anscheinend. Und wenn nicht, dann wird's mir leid. Mein... Aim ist echt der Wahnsinn. Mission endet in 10 Sekunden. Gib mir mal diesen Kuchen hier. Das hilft bestimmt. Was war das denn für ein dummer... Ey, mein Aim ist so dreckig kaputt. MWP. Das hätte bei mir sogar auch funktioniert. Hätte ich den Disconnect vermutlich nicht gehabt. Ja. Aber hey, hey. Chill. Mit so'n Ping muss erstmal auch was finden. Jetzt haben wir die Bots. Das ist... Jetzt haben beide Teams jeweils Bots. Das ist... Sexy. Loll. Dressplot. Ich feier das. Lack. Leck, don't do this. Fünf, vier, die, sie, ich... Zu dir... Gip, Pintel, Typ... Kein äh... Bot ist. Sicher? Ja. Steht nicht Bot dran. Hat einen Ping. Okay. I've no idea what I'm doing. Ja doch, ich weiß sehr wohl was ich tue aber ich will hoffen dass es funktioniert. Meine Stimme. KABOO. es schießt auf dich ich kann erst in dessen wenn er den Preis was das den größeren was und dann trifft er ihn noch nicht mal aber wo hallo Bord glaub ich ne das sind toll spieler der die ganze Zeit nur bezahle und steckte da die jemals holgen einen auch wirklich überall wir sind gerade aktuell irgendwie alle Scouts gefühlt ich wechsle jetzt auch wobei ich nicht mag ein Scout war mindless Elektrons ja geil ich liebe diese Botnamen sind einfach der Hammer ist das so gut wie ihr ACC ist das ein Bot oder nicht? das ist ein Bot also der Engie ist ein Bot und der hat gerade The Freeman getötet der mit Sicherheit auch ein Bot ist ne ja sag ich doch Bots ich sag mal nicht ob so ein komischen Server geht das war mit Sicherheit auch ein Bot und da ist wieder der Sun on the Sticks Scout tote Sun on the Sticks Scout ja ist noch ein Bot äh der Sun on the Sticks Scout also der Sun on the Sticks Scout ist noch nicht mal zum Bot muss ich dich enttäuschen ja aber der Engineer, wo der den Zeug einfach mal hinbaut oh mein Gott ich hab Lacks ja ich hab übelste Lacks auch aber und da ist wieder ein Disconnect das heißt dann dass irgendwo das Steam hier gerade darum geht ja ich hab 200er Ping hallo dass ich jetzt fliege ist kein Wunder ja ich finde es schon interessant dass mich das Ding überhaupt laufend irgendwie mal drauf lässt wir treten einfach nochmal bei beim nächsten Mal dann nicht so fail mit dem kaputten äh Ping währenddessen lade ich dann einfach nicht ein Video hoch das könnte helfen Stop Stop You may close the Mod D in 5 seconds Nein ich möchte die jetzt so machen Lass mich Super ich möchte ins blaue Team zu goomen das funktioniert allerdings nicht Yay One on one Shit Gut Machen wir das einfach mal hier So Geh ich mal zu Rot Amnächst mal ein bisschen besser organisiert wenn ihr überhaupt eine nächste Folge sehen wollt Kontrollpunkt erobert Schreibt es uns in die Kommentare Ich wiederhole mich Ich spaß dich Alarm 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 Bis zur Hölle Freut dich wenn ihr ins Oversign kommt Oversign 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 Triple Kill Okay du bist kein Spy Cool Woho Hallo Cent3 Ich hatte nicht mehr viel HP Muss ich sagen Warum kann der Typ schaffen? Ich sehe es mal kein Bond zu machen Auf jeden Fall Steam Community Gruppe steht unten in der Beschreibung Und auch in Dings In Auf dem Kanal Wenn ihr Da mal dabei sein wollt Einfach in die Gruppe eintreten Dann könnt ihr uns nachjoinen Kündigen auf Twitter Und auf dem Youtube Kanal per Bulletin an wann wir aufnehmen Wenn wir Bock haben Wenn wir Bock haben Und Oder in der Steam Gruppe auch halt Aber Man muss ja mal gesagt haben Ich Krieg hier grad nen Hals Aber egal Auf jeden Fall Können wir das an Und dann könnt ihr einfach nachjoinen Und dann seid ihr in der Aufnahme mit dabei Will zwar keiner aber hey Niemand mag euch Niemand mag uns Niemand mag uns Halbwegs Das hat funktioniert Gut Man sollte sich vielleicht Umgewöhnen Dass man auf die Blauen schießen muss Ja irgendwie schon Ich hab das Gefühl Also entweder Wir haben Äh Sauviele Bots Wir haben jeweils zwei Bots Also Ey ich hab drei Fuck Es ist in der Weise spielt hier aber auch nur jeder Scout Irgendwas hab ich verpasst glaube ich Und der eine Typ ist halt nur Troll ne Darfst halt nicht vergessen Ja Du hast da noch ne Stick und rennt hier rum und trollt Weil das kann Dumm aber er kann Zur Hölle Ja Jetzt haben wir sogar ne Sentry stehen Und trotzdem ist der Pumke hier Oh hat er hat er hat er Ich hab dich sogar vorgegangen Ja da ist irgendwo ne Sentry Kann ich nicht riechen dass sie direkt vor meiner Nase steht Mission endet in 10 Sekunden 5 4 3 2 1 Tja Verlängerung Sieg Das war ne tolle Verlängerung Ja Ja Ich feier die Mein Aim ist so grottig So Das war unsere allwöchentliche Team Fortress 2 Runde Wir sehen uns wieder in der nächsten Woche wenn ihr Bock habt Und äh vielleicht dann sogar mit euch Sexy Gumm sag was Yay Hau da rein Tschüss Tschüss 6 7 7 8